So, heute ist wieder Kralen Müritz. Ich habe ein schönes Verbund gebaut mit Bombenrohren der Thunder Kong Reihe. Max, Schocker, Whistler und Flashbanks habe ich noch dazu gesetzt. Dazu noch vier Rohre Up and Go und natürlich vier Batterien. Das ist einmal die Thunder Kong Black Thunder Vego Midnight Burner, eine High Rise und eine Panda Golden Palms. So, dann werden wir das Ganze mal testen in Kralen Müritz. Viel Spaß! Das ist Krayashi. Das ist Krayashi. Das Scream ist auch da. Das ist Krayashi. Achso, ja, da. Achso, ja, da. Achso, ja. Achso, ja, da.